ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge dead island ich habe gerade frisch geladen und werde instant zugetextet deswegen habe ich kurz pausiert um euch mal anständig begrüßen zu können und gleich steigen wir wieder hinein ja das wird auch Es ist natürlich schön, dass hier alles respawnt, wenn man neu lädt. Hm. Äh, nee. Okay. Ah, okay. Spannend. Okay. Okay. Um. Ja, war erstmal. Mal erstmal ansondieren, wie genau, wo genau und warum eigentlich. Ich. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Jesus! Ah, ich hab neue Plätze frei. Das ist schön. So ist denn alles hier kaputt. 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 So ist denn alles 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 kaputt. So ist denn dass du etwas kaputt iamas Also kaputt. Ich mein, ich bleib natürlich beim Messer erstmal, aber... Entschuldigung, Dame. Was soll das? Wenn du dich totstellst, darfst du nicht so schnaufen. Nein, da braucht Benzin, das haben wir noch nicht. Yay! So, Repair. So, Repair. Oh, 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 oh. So, das Zeug bei euch nicht Repair, nur das Verbesserte. Oh, 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 oh. Spiteful Sickle, ja nehmen wir doch immer gerne. Jetzt habt ihr hier noch Painkillers und Bandages rumfliegen, das ist ja irre. Ja, das ist es. Na, das hat sich doch jetzt gelohnt. Ja, dann. Ich hörte, der Scourge kam von aus Späten. Mindestens erst mal selber. Jetzt kriegst du erst mal alles, was immer so 30 Damage rum hat, weil das braucht keine Säle. Jetzt zeig noch mal, was hast du noch mal. Das ist mein komplettes Geldkitter drauf. Ne, dann nehme ich lieber mit den Kids. So. So. Upgrade. Hier verweigst du nicht ganz, aber das macht nichts. So, dann die Skills, hier, ich muss zu den weiteren Extraslots kommen, warum kann ich das nicht? Oh Mist, Jump Attack Damage, Sharp Damage, dann gehen wir ganz noch viel weiter, nice. So, warte, 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 Map. Hier unten war Teddybär. Dann machen wir doch erstmal den Teddybär. So, ich sollte natürlich meine tollen Waffen auch ausrüsten. Das ist die zwei stärksten und die zwei schwächsten. Macht am High Seasen. So. 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 Das ist mit dem Controller alles nicht so einfach. Das ist mit dem Controller. Aduuui. oh jesus fuck gehen wir mal durch, danke oh mal 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 komm ab denn ohne ihre Köpfe sind sie machtlos what's in here? slaughtering baseball bat komm her for a second okay listen there's this tall hombre that owes me some money, mucho dinero, but he came down with whatever this infection is and pay me what he owes me in exactly his first priority i'm thinking his money's inside his bungalow but i need the key to get in there it's not like the poor hijo de puta needs it anymore hey listen if you get me the key we'll split the cash deal yes good good listen he's hard to miss very tall and i'm pretty sure i saw him at the bar get back here as soon as you have the key all right okay können wir dann schon machen okay i kann click oh god money in good Was ist das? Was haben wir hier? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn mit der Musik auf sich? Was ist das denn? 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 Das war ein großer Kerl. Aber der war es nicht, ne? Was ist das denn? 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 Tja... Dann wohl der Massaker Spur folgen... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oder... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 time to die oh warte 80 ach falsch das kann zum beispiel weg ich glaube hm 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 achso, das ist auch kaputt dann das und dann einmal zurück zu dem Doop, ne und dann 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 was immer mit dieser treibenden spannungsmusik ist und dann 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 Okay, das war alles ein bisschen zusammen, eher ziemlich still. Die fallen instant um. Die fallen, die fallen. Na, los, auf geht's. So, jetzt kann ich dann Lockpicking. Und Inventarplätze. Aber ich mach mal ein bisschen um Damage, muss ich mich auch kümmern. So. 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 Danke! Hey! I always remember my friends! Let's go! Let's go! I heard this scourge came from outer space. So... Eigentlich kann ich alles, was unter 100 ist, schon weggeben. So... Jetzt schaue ich, dass ich die Knarre aufheben kann, auch wenn ich mit der noch nicht umgehen kann. So... Und die Sachen, die ich habe, kann ich jetzt noch aufrüsten. So... Erstmal... Ja, ich weiß. Erstmal repairen. Da fehlt die Kohle. Auch da fehlt die Kohle. Ja, okay. Required Level 14. Und Level 10. Und Level 10. Achso... Ja, das ist natürlich blöd. Naja... So... Habe ich vielleicht... Random Sammel Bullshit, den ich verkaufen kann. Was haben wir denn noch? Verkaufen wir mal eine davon, ja. Mal alles auf 5 Wunder. Okay, das ist jetzt wenigstens einiges. Das ist gar nichts. So... Wo waren wir dann als nächstes? Da hin. Nehmen wir mal das geile Auto mit. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist schön, wie man die mit dem Basie so durch die Gegend prügelt. Hallo? Oh! Nein. Was ist das? Was? Oh, so worried about you. Wait, you're not my brother? He must have sent you, right? Thank you. I'll just wait until this kicks in. Wait until Luke gets here. Huh. No. Das wird wohl etwas da waren. Get the transformer back online. No. Anything will help. In dein Gesicht. Fall um. Sag mal. Okay. Let's go. Oh. Jo, passt doch. Noo. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was geht's hier oben? Water Na was, wohin da diese Tür auch nicht wartet? Hi Can't hurt to look No, click Ehrmst 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 Okay. Okay. Wenn du ihm so sagst. Äh. So. Back to the lighthouse. Ah ja. Zu den beiden Mädels darunter. Die eine kriegt nochmal Wasser. Die anderen kriegt ihren Teddy. Da werden wir wieder. Wo wir angefangen haben. Ja. Oh. 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 Oh Gott! Danke! Oh, danke Gott! Danke! My muscles are starting to cramp up. Hä? Verrückt. So, Teddy for this. Teddy! Where have you been? You've been a bad boy. Say thank you to the nice people. Nuts and boats. Mod. Okay. Hm. Hm. What do we have here? So. Hm. 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 zum Auto da kann ich mich um die Antagesstelle kümmern ... ... ... ... ... So, Tankstelle, ob das ist, genau, Brink-Fuel, ja, die da. Tsk. Now, they're really dead. So, come on. So. Hey, hey, you, go over to the door, give me a sec to open it. Okay. Empty-Kanister. Okay. Can't hurt to look. Okay. 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 auf den Kopf. Da ist doch noch eine. 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 Freunde. Da ist doch noch eine. 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 Ja und. Was ist mit dem Zeug da drin. Wieso komme ich da nicht rein. Appreciatet ihr es genug. Dass ihr mir nicht im Weg rumsteht. Weil da drin steht Alkohol. Den ich zum Beispiel brauche. So. Nice. Ja aber sowas von. Nade. Den Schwachsinn schmeißen wir gleich weg. Das. Ja. Jetzt aber Ja, 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 ja Das war's für heute. So, dann bin ich wieder mit meinem Cheap. Achso. Yeah, 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 yeah. Okay, here comes that. Let's do this, Leroy Jenkins. So, busy, busy, busy. Ja, dann würde ich an der Stelle auch sagen, vielen Dank fürs Zugucken und die Folge ist beendet und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye. Bye. focussiviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv